So, da oben ist die Rune, eine von zwei, die andere haben wir ja schon gesehen, da müssen wir übrigens auch noch hin. Ich frage mich nur, wie wir da hinten, und hier unten war letztes Mal eine Drohne am hinfliegen. Die wird jetzt wahrscheinlich weg sein. Verdammt, aber erstmal gehen wir jetzt zu der Rune. So, na. Yeah, Runeprüfung, sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor sie abgelaufen ist. Boah, das klingt einfach. Vielleicht einfacher als getan, man weiß es nicht. Hm. Da müssen wir mal, da müssen wir mal schauen. Bewegung im Flug. Steht zumindest oben links im Ladebildschirm. So, lalalala. Okay, 15 Höllenrelikte. Ich frage mich, wie die aussehen. Ach so, okay. Ach, hier geht's nur ums Laufen, okay. Höh, nein, was mach ich denn? Nein, oh, ich bin so hohl. Wieso springe ich denn? Naja. Okay, klappte ganz gut soweit. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Da kommen so, 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 da kommen so leichte Mortal Kombat Erinnerungen hoch. Wie das hier so ein bisschen aussieht. So wie Prüfungen. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist machbar. Das ist echt machbar. Was? Ach komm, das ist so lächerlich. Ach, wie lächerlich. Ach komm. Das war jetzt gemein. Das war echt gemein. So kurz vorm Ziel. Wie gemein. Und los, jetzt aber schneller. Schaffen wir. Kriegen wir hin. Ja. Belohnung. So. Bietet eine deutliche gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Okay, cool. Ja, wir müssen gucken, dass wir echt, dass ich unbedingt auch mal Granaten schmeiße. Weil, äh, ich will ja die eine Rune auch mal endlich fertig haben. Ich denke da nur nicht immer dran, eine Granate zu werfen im Kampf. Weil da so viel Action auch ist. Ich vergesse das immer. Naja. Nun gut. So. Trolalalala. 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 Jo. Die Ladezeiten sind echt lang, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei Doom sind die Ladezeiten ganz schön lange. Ganz schön lange. Verdammt lange sind die. Naja. Na, 84, 90, ja, 92, 94, ja. Da kommen, komm, die 5%, komm, die 5%-Hürde. Schaffst du. Ja, sehr schön. So. So, da wären wir wieder. Yeah, cool. Wir haben einen neuen Platz freigeschaltet. Zeig mir den Platz. So, ähm, was haben wir denn sonst noch? Ja, neue Runen. Verlängert die Benommenheit der Dämonen. Nee. Gute Ausrüstung 1 haben wir ja drin. Erziele ein Glory Kill aus großer Entfernung. Da wollen wir schalten. 75 Dämonen per Glory Kill aus, ja. Du führst ein Glory Kill schneller aus. Was haben wir hier noch? Bewegung im Flur. Gebietet ein deutlicher... Ja, das haben wir ja gerade bekommen. Was müssen wir denn da machen? Töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Mhm. Ein Glory Kill aus größerer Entfernung. Klingt auch versprechend. Nehmen wir den mal. Da wollen wir 75 Glory Kills nur machen. Schaffen wir. Kriegen wir hin. So. Also, ähm... Boah, das Level ist so riesig. Da hinten ist ein Jump Pad. Sehe ich gerade. Darum leuchtet gerade irgendwas grün. Aber ich frage mich, wie wir an die andere Rune noch drankommen. Verdammt. Wir sind jetzt gerade da. Und die andere Rune war irgendwie da hinten gewesen. Also quasi hier oben lang war das hier. Fuck. Das heißt, wir müssen noch mal kurz zurückgehen. Irgendwie. Da drüben waren wir auch noch nicht. Da im Übrigen. Hier gibt es noch Rüstung und Muni. Nehmen wir mit. Und jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläumen. Das war ein Prinzip, als Team zu arbeiten. Schön. Interessiert mich gerade herzlich wenig. Wir müssen irgendwie noch mal da hochkommen. Ich hoffe, ich komme über die Kisten da noch mal hin. Oh Gott, das... Ich glaube nicht, äh... Komme ich da irgendwie noch mal nach oben? Besteht da eine Möglichkeit, noch mal nach oben zu kommen? Ich versuche mal hier irgendwie mein Glück. Was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas? Nein. Verdammt, ich komme nicht mehr zurück. Warte mal hier vielleicht. Oh Gott sei Dank. Die Kante habe ich noch so gerade eben gesehen. So, ich schaue nochmal eben auf die Karte. Wir müssen noch eine Etage höher. Also quasi... Dahin, oder? Hallo? Ist es die Etage? Ne, noch eine höher. Wir müssen also da oben noch mal raufkommen. Ich frage mich gerade nur, wie wir da raufkommen. Hm. Wie kommen wir da oben rauf? Das wäre natürlich jetzt blöd, wenn wir da nicht mal hinkommen würden. Verdammt, ich würde schon gerne... Ich würde schon gerne gucken, ob wir an die Rune kommen. Fuck, warum bin ich da nur runtergesprungen? Über den Kran kommen wir auch nicht irgendwie da hin. Vielleicht hinten rum nochmal probieren. Ich glaube zwar nicht. Tina Playstyle, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live. Schon zum Live-Let's Play von Doom. Ja, das Jumppad geht auch nicht mehr. Schade. Kommen wir hier über die Steine irgendwie da hin? Warte mal. Ich probiere mal was. So. Das müsste eigentlich... Ne, da oben hoch müssen wir irgendwie kommen. Verdammt. Das passt von der Höhe. Hallo Jungs. Euch habe ich ja ganz vergessen. Na toll, beweg dich mal hin und her, du Lappen. Boah, wie geil mit dem Glory Kill. Also weiter Entfernung. Scheiße, da kommen wir nie mehr hoch. Verdammt. Was ist denn? Wo kommen wir denn hier hin? Ist das vielleicht ein Secret hier? Aha, Grafikfehler. Äh, warte mal. Ich werde hier so sterben. Ich gehe mal wieder nach oben. Verdammt, dass wir da nicht mehr hochkommen. Ärgert mich ein bisschen. Ähm, so. Talalala. Verdammt. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da nochmal nach da oben? Es ärgert mich ein bisschen, dass wir da nicht hinkommen. Denn... Ich würde schon gerne diese Runenprüfung weitermachen. Da drüben ist eine... Ne... Au, 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 au. Natürlich, ich stelle mich... Ich vollidiot. Stell mich auch noch ins Feuer und guck da rüber. Vielleicht kommen wir hier irgendwie rüber. Kommen wir auch nicht rein. Kommen wir da drüben irgendwie dann da hin? Hm. Das ist ärgerlich ein bisschen. Naja, gut. Schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Aha. Wo sind wir denn hier? Okay, bevor ich jetzt da hingehe, schaue ich nochmal hier kurz. Ist alles so verwirrend. Vor allem, ich traue mich nicht irgendwo weiter zu gehen, weil ich immer Angst habe, dass dann vielleicht irgendwas... Ich glaube, wir müssen hier hin. Dass dann sich irgendwas schließt und wir kommen dann nicht mehr zurück. Davor habe ich am meisten Angst. Ja, ja. Ja, ja. Halt den Wabbel. Was? Achso, da. Ja, ja. Komme ich da hoch? Ja. Natürlich nicht. Bäm. Hallo, mein Freund. So. Weg mit dir. Hallo, du bist auch wieder da. Na du? Na? Schon mal heute blaue Kugeln gespürt oder eine Flinte? Wird Zeit für dich, ins Bett zu gehen. So. So. Einmal in den Rücken gehauen. Ich muss mal den Rücken gerade biegen. Der Autopäde hat angerufen. Ja, für dich auch, Revenant. Der Autopäde. Zeit für dich für eine neue Bandscheibe. So. Kommen wir da irgendwie rauf von hier? Geht das? Kann ich da irgendwie... Ja. Da komme ich nie im Leben hin. Nie im Leben. Ne, der klettert nicht. Uah. Uah. Gut, dass es einen Aufprallschutz gibt. Aufprallschutz kennt man ja eigentlich nur beim Auto, ne? Oder? Naja, gut. Sowas gibt es halt hier in Doom auch. Uah, wo spreche ich denn hin? Mach doch langsam, Kumpel. Ja, ist doch gut. Halt doch mal den Rand. Wir reden mit dir. Ist hier irgendwas? Ne. Wie gesagt, ich schaue mich noch ein bisschen um. Dass ich hier nichts verpasse. So, und hier können wir jetzt einfach wieder runterspringen. Hier ist noch ein bisschen Muni. Aber sonst, was bringt uns das denn? Hier kommen wir irgendwie... Ne. Ah, das ärgert mich, dass wir da die Rune liegen lassen quasi. Das ist echt ärgerlich. Jetzt fängt er gleich wieder an zu quatschen, der Typ. Oh, okay. Kettensäge hat schon mittlerweile vier Tanks. Das heißt, wir können da mal... Ja, mein Gott. Halt den Rand. War klar. Okay, wir können also quasi hier weitergehen. Wir können aber auch unten weitergehen durch den Tunnel. Ich würde da gerne mal probieren, durch den Tunnel zu gehen. Um mal zu gucken, ob wir vielleicht dort... ...vielleicht da was bekommen. Ah, Mist. Das mit der Rune ist echt ärgerlich. Ja. Yeah. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hallo, mein Freund. Komm her. Hol dir ein Stück Schnitzel ab. Yeah. Du auch? Yeah. Wie sagt man das so schön? Doppelt hält besser. Wo willst du hin? Ich will mit dir reden. Und zwar meine Faust will mit dir reden. Ja. Der Kiefer-Chirurg wartet schon. So. Bisschen Leben mitnehmen. Hey, mein Freund. Wird Zeit für dich für ein neues Gesicht. So. Wo müssen wir... Ah, guck mal hier. Ein Jump Pad. Ich frage mich gerade, wo wir... Ich kann mich an den Gang hier gar nicht mehr so erinnern, wie wir hier waren. Ach doch. Jetzt weiß ich wieder. Ah, doch, 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 doch. Stimmt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh Gott. Wie sich das hier verändert hat. Hm. Wo kommen wir denn da hin? Huch, Moment. Ey, da war ein Secret. Habe ich genau gesehen. Warte mal. Moment. Moment. Na, du kleine Gesichtsgrätsche? Siehst aus wie so ein Nike Air-Schuh. Wohlfühlen. Reintreten und sich wohlfühlen. Du auch. Oh, wenig Leben. Wenig Leben. Wenig Leben. Wenig Leben. Wenig Leben. Was habe ich dir gesagt? Dein Optiker hat angerufen. So. Ähm. War es das jetzt? Was fühlst du denn? Geh weg. Stinkst nach Maggi. War es das jetzt? Ich glaube, ja. Gott sei Dank. So, kann ich jetzt nochmal gucken, wie in dem Secret-Raum? Wo war denn das jetzt? Oh Gott. Okay, ich gehe lieber den sicheren Weg. Ähm. 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 Entkira. Ist... Was? Ist hosting you? Für was? Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön fürs Hosting. Thank you. For the host. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Oh, das ist lieb. So. Ähm. Oh, das ist echt nett. So, warte mal. Jetzt wollte ich nochmal gucken, wie wir da zu den Bonus-Dingen kommen. Wenn ich Deutsch sch fondo. Ich bin schnell. lobby m habituell. Ich bin ganz oben und elevation.